Stellen Sie sich eine Reise vor tausenden von Jahren vor, in eine Zeit, als die weiten Ebenen und Wüsten des Nahen Ostens Schauplatz außergewöhnlicher Geschichten waren. Hier treffen wir Abram, einen älteren Mann mit grauem Haar und einem von der Zeit gezeichneten Gesicht, der in einem Zelt unter dem Sternenhimmel Kanaans lebt. Er war ein Mann des Glaubens, gehorsam gegenüber Gott, aber er trug eine Last in seinem Herzen. Trotz göttlicher Versprechen hatten er und seine Frau Sarai immer noch keine Kinder. In einer friedlichen Nacht, als Abram die Sterne beobachtete, erschien ihm Gott in einer Vision. Gottes Worte halten wie ein mächtiges Echo in der Stille der Nacht. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dein Schild und dein Lohn wird groß sein. Abram fragte in einer Mischung aus Ehrfurcht und Fragen, Herr Gott, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bleibe und der Erbe meines Hauses Elisa von Damaskus ist? Da er damals keinen Sohn hatte, bedeutete dies, dass sein gesamtes Erbe an einen Diener weitergegeben werden musste, was Abrams Herz zutiefst betrübte. Gott hatte jedoch einen viel größeren Plan, als Abram sich vorstellen konnte. Dieser Mann wird nicht dein Erbe sein, sagte der Herr, sondern der, der von dir kommt, wird dein Erbe sein. Dann nahm Gott Abram aus seinem Zelt, zeigte auf den Sternen übersäten Nachthimmel und sagte, Schau dir nun den Himmel an und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. So wird es auch mit deinen Nachkommen sein. Jeder am Himmel leuchtende Stern stellte ein Versprechen, eine Hoffnung, ein Leben dar, das aus Abrams Abstammung hervorgehen würde. Und auch ohne zu verstehen, wie das passieren konnte, glaubte Abram angesichts seines fortgeschrittenen Alters und Sarais Unfruchtbarkeit. Er vertraute völlig auf Gott und das galt als Gerechtigkeit. Von diesem Moment an war Abrams Leben von dieser göttlichen Verheißung geprägt. Er wusste nicht wann oder wie, aber er war sicher, dass Gott sein Wort halten würde. Abram setzte seinen Glaubensweg fort, geleitet von der Verheißung, der Vater vieler Nationen zu sein. Auch ohne Kinder begann er, die Welt mit neuen Augen zu sehen und wartete auf den Tag, an dem Gottes Versprechen wahr werden würde. Dieses Versprechen war nicht nur eine einfache Garantie, sondern ein feierlicher Bund, ein heiliger Bund zwischen Gott und Abram. In derselben Nacht schloss Gott einen Pakt mit Abram und bestätigte, dass seine Nachkommen das Land vom Fluss Ägypten bis zum großen Fluss Euphrat erben würden. Es war eine große Zukunft für einen Mann, der bis dahin mit jedem Jahr, das ohne einen Erben verging, seine Hoffnungen schwinden sah. So wurde die Verheißung an Abram zum Ausgangspunkt für eine der faszinierendsten und bedeutendsten Geschichten der Bibel, die zeigt, dass Glaube und Gehorsam gegenüber Gott selbst in den unmöglichsten Situationen das Schicksal einer ganzen Menschheit verändern können. Und dieses Versprechen, das unter einem Sternenhimmel gegeben wurde, sollte über Generationen hinweg nachhallen und seinen Höhepunkt in der Geschichte von Ismaels Geburt finden, die wir weiter unten sehen werden. Bevor Sie fortfahren, vergessen Sie nicht zu überprüfen, ob Sie unseren Kanal abonniert haben. Während wir unsere Reise durch die alten Länder Kanaans fortsetzen, erreichen wir einen entscheidenden Moment im Leben von Abram und Sarai. Trotz der göttlichen Verheißung, dass Abram der Vater vieler Nationen sein würde, vergingen die Jahre weiter und die Hoffnung von Sarai, Abrams treuer Frau, begann zu schwinden. Der Schmerz der Unfruchtbarkeit lastete schwer auf ihr, da in der damaligen Kultur der Mangel an Kindern als große Schande für eine Frau angesehen wurde. Sarai kämpfte mit ihrer Traurigkeit und Verzweiflung und begann darüber nachzudenken, wie sie dazu beitragen könnte, Gottes Versprechen zu erfüllen. Da hatte er eine kühne Idee, etwas ganz Ungewöhnliches, das aber in den damaligen Sitten erlaubt war. Sie beschloss, ihre ägyptische Dienerin Hagar anzubieten, damit Abram einen Sohn mit ihr hätte. Auf diese Weise hoffte sie, dass Gottes Versprechen wahr werden würde. Stellen Sie sich die Szene vor. An einem heißen Nachmittag in der Wüste ruft Sarai Abram ins Zelt. Schweren Herzens, sagt sie zu ihm, der Herr hat mich daran gehindert, Kinder zu bekommen. Nun nimm meine Dienerin Hagar, vielleicht kann ich durch sie Kinder bekommen. Abram, der Sarai vertraute und auch die Erfüllung von Gottes Versprechen sehen wollte, stimmte dem Vorschlag zu. So wurde Hagar, die junge ägyptische Dienerin, Abrams Konkubine. Es dauerte nicht lange, bis Hagar einen Sohn empfing. Zunächst schien es, als ob alles gut liefe. Allerdings änderte sich die Dynamik zwischen Sarai und Hagar drastisch. Hagar, jetzt schwanger, begann auf Sarai herabzuschauen. Vielleicht fühlte sie sich überlegen, weil sie Abram etwas geben konnte, was Sarai nicht konnte. Die Spannungen zwischen den beiden Frauen nahmen schnell zu. Sarai fühlte sich gedemütigt und betrogen, ging zu Abram und sagte, Die Beleidigung, die ich erlitten habe, muss auf dir lasten. Ich habe dir meine Dienerin gegeben. Und jetzt, da sie weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Möge der Herr zwischen mir richten. Und du? Abram antwortete besorgt. Deine Dienerin ist in deinen Händen. Mach mit ihr, was du für das Beste hältst. Sarai begann daraufhin, Hagar hart zu behandeln, was dazu führte, dass Hagar in die Wüste floh. Sie war allein und verletzlich und wanderte ohne klares Ziel durch die Wüste, bis sie in der Nähe einer Wasserquelle anhielt. Dort fand sie ein Engel des Herrn. Der Engel rief sie beim Namen, Hagar, Dienerin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Hagar, wahrscheinlich weinend und erschöpft, antwortete, Ich laufe vor meiner Herrin Sarai weg. Der Engel des Herrn sagte mit sanfter und mitfühlender Stimme zu ihr, Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihren Händen. Ich werde deine Nachkommen über alle Maßen vermehren, damit sie nicht gezählt werden, so zahlreich sie auch sein werden. Und der Engel fuhr fort. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, und du wirst ihm den Namen Ismael geben, denn der Herr hat dein Elend gehört. Er wird sein wie ein Wildesel. Seine Hand wird gegen jeden sein, und jedermanns Hand wird gegen ihn sein, und er wird in der Gegenwart aller seiner Brüder wohnen. Hagar fühlte sich von Gott gesehen und gehört und rief den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Du bist Gott, der mich sieht. Denn sie hatte gesagt, Hier habe ich wirklich den gesehen, der mich sieht. Erfrischt und mit neuer Hoffnung im Herzen kehrte Hagar zum Zelt von Abram und Sarai zurück. Sie gebar einen Jungen, und Abram nannte ihn Ismael, was Gott hört bedeutet. Ismael sollte Abrams erster Sohn werden, und seine Geschichte markierte den Beginn vieler Nationen und erfüllte Gottes Versprechen auf unerwartete Weise. Ishmaels Geschichte spielt in einem entscheidenden Moment im Leben seines Vaters Abram und seiner Mutter. Gott hatte einen großen Plan für sie, und dieser Plan sollte noch deutlicher offenbart werden. Eines Tages erschien Gott Abram und sagte, Du wirst nicht länger Abram heißen, sondern dein Name wird Abraham sein, denn ich habe dich zum Vater einer Vielzahl von Nationen gemacht. Dabei handelte es sich nicht nur um eine Namensänderung. Es war die Ankündigung eines Neuanfangs, eines neuen Kapitels in Abrahams Leben. Gott änderte auch Sarais Namen in Sarah, was bedeutete, dass sie eine Prinzessin und Mutter der Nationen sein würde. Dann wiederholte Gott sein Versprechen an Abraham, Deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, und du wirst ihm den Namen Isaac geben. Abraham konnte es kaum glauben. Er und Sarah waren schon ziemlich alt, und die Vorstellung, ein gemeinsames Kind zu bekommen, schien unmöglich. Gott versicherte jedoch, dass für ihn nichts unmöglich sei. Aber Gott hat Ismael nicht vergessen. Was Ismael betrifft, sagte Gott, ich habe dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und ihn fruchtbar machen und ihn überaus vermehren. Er wird zwölf Fürsten zeugen, und ich werde aus ihm ein großes Volk machen. Dies bedeutete, dass, obwohl Isaac der Sohn der Verheißung durch Sarah war, auch Ismael eine große Zukunft mit seinen eigenen zahlreichen Nachkommen haben würde. Gottes Versprechen begann sich auf unglaubliche Weise zu entfalten. Abraham, jetzt mit einem neuen Namen und einer neuen Verheißung, sah eine Zukunft voller Hoffnung, sowohl für Ismael als auch für den zukünftigen Isaac. Abrahams Familie sollte der Ursprung vieler Nationen sein, wobei beide Söhne eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung des göttlichen Plans spielten. Ismael war dazu bestimmt, eine wichtige Persönlichkeit zu sein, auch wenn er nicht der Sohn einer direkten Verheißung war. Durch ihn würde eine neue Nation entstehen, die das Wort Gottes erfüllt. Dies war ein Beweis für die Liebe und Treue Gottes, der sich um alle seine Kinder kümmerte und seine Versprechen hielt. So begann sich Ismaels Leben im Einklang mit Gottes großem Plan zu etablieren. Und jeder Schritt, den er unternahm, sollte die Geschichte seines Volkes prägen. Nach vielen Jahren des Wartens und der Geduld gebar Sarah schließlich einen Sohn, genau wie Gott es Abraham versprochen hatte. Sie nannten ihn Isaac, was Lachen bedeutet, denn sowohl Abraham als auch Sarah lachten vor Freude und Überraschung, als sie erfuhren, dass sie im hohen Alter einen Sohn bekommen würden. Isaacs Geburt brachte neues Leben in die Familie und er wurde schnell zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und Liebe seiner Eltern. Als Isaac alt genug war, um entwöhnt zu werden, organisierte Abraham eine große Party, um diesen wichtigen Abschnitt im Leben des Jungen zu feiern. Es war ein Anlass der Freude und des Feierns, bei dem Freunde und Familie zusammenkamen, um zu feiern. Doch inmitten der Feierlichkeiten geschah etwas Beunruhigendes. Während Sarah Isaac beim Spielen zusah, bemerkte sie, dass Ismael, Abrahams Sohn mit Hagar, seinen Halbbruder verspottete. Ismael war älter, damals ein Teenager, und sein Verhalten beunruhigte Sarah zutiefst. Sie war von Eifersucht und mütterlicher Beschützerinstinkt erfüllt und konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ihr Sohn Isaac verspottet oder in irgendeiner Weise bedroht wurde. Wütend und besorgt um Isaacs Zukunft ging Sarah zu Abraham und forderte, schick diese Sklavin und ihren Sohn weg, denn der Sohn dieser Sklavin wird nicht der Erbe meines Sohnes Isaac sein. Abraham war über Sarahs Bitte betrübt. Ismael war sein Sohn, Fleisch von seinem Fleisch, und der Gedanke, ihn wegzuschicken, war schmerzhaft. Im Herzen seines Vaters zögerte Abraham, Sarahs Bitte zu erfüllen. Er liebte Ismael und wusste, dass es ein schwerer Schlag für den jungen Mann sein würde, ihn wegzuschicken. Aber Gott erschien Abraham und sagte ihm, er solle sich keine Sorgen machen. Denke nicht, dass dir wegen des Knaben und wegen deines Dieners etwas Böses passiert. Achte auf alles, was Sarah dir sagt, denn in Isaac werden deine Nachkommen genannt. Aber ich, du wirst auch aus dem Sohn des Knechtes ein großes Volk machen, denn er ist dein Nachkomme. Schweren Herzens, aber im Vertrauen auf Gottes Versprechen bereitete Abraham einige Lebensmittel für Hagar und Ismael vor Brot und einen Schlauch Wasser und schickte sie auf den Weg. Hagar und Ismael machten sich auf den Weg und wanderten durch die Wildnis von Beersheba. Abraham sah traurig zu, wie sie weggingen, aber sein Glaube an Gott tröstete ihn. Er wusste, dass Gott sich um Hagar und Ismael kümmern würde, denn die göttliche Verheißung war klar, Ismael würde auch der Vater einer großen Nation werden. So begannen Hagar und Ismael ihre Reise in der Wildnis, stellten sich dem Unbekannten, hielten aber an Gottes Versprechen fest. Der Abschied war bitter, aber die Zukunft hielt für beide Großes bereit und erfüllte das Wort, das Gott Abraham gegeben hatte. Und so wuchs Isaak unter den liebevollen Blicken seiner Eltern auf, während Ismael seinen Weg ging, der dazu bestimmt war, der Anführer einer großen Nation zu werden, wie vom Herrn versprochen. Nach Abrahams schwierigem Abschied wanderten Hagar und ihr Sohn Ismael durch die weite, trockene Wüste von Beersheba. Mit ihnen nahmen sie nur ein paar Vorräte an Brot und einen Schlauch Wasser, die ihnen Abraham gegeben hatte. Zunächst versuchte Hagar, Hoffnung und Kraft zu bewahren, indem sie ihren Sohn durch die glühend heißen Dünen führte und nach einem Weg suchte, der sie in Sicherheit bringen würde. Je mehr Tage vergingen, desto beschwerlicher machte die gnadenlose Wüstensonne jeden Schritt. Die starke Hitze und der Mangel an Schatten führten dazu, dass ihre Vorräte schnell aufgebraucht waren. Hagar spürte die Last der Verantwortung und die wachsende Verzweiflung und tat ihr Bestes, um möglichst viel Wasser für Ismael aufzusparen. Doch die grausame Realität der Wüste begann sich aufzudrängen. Endlich kam der gefürchtete Moment. Die Wasserflasche war trocken und das Brot war weg. Hagar, die sich hilflos fühlte und um das Leben ihres Sohnes fürchtete, sah sich verzweifelt um. Ohne die Kraft weiterzumachen, traf sie eine schmerzhafte Entscheidung. Er stellte Ismael unter einen Busch, versuchte ihm wenigstens ein wenig Schatten zu spenden und ging ein paar Meter davon. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, ihren Sohn verdursten zu sehen. Während Hagar weinte und ihr das Herz brach, weil sie nichts mehr tun konnte, halten Ismaels Schreie durch die Wüste. Der Kummer einer Mutter und die Klage eines Kindes in Gefahr stiegen bis zum Himmel und erreichten das Herz Gottes. Und in diesem Moment der Verzweiflung geschah ein Wunder. Gott hörte Ismaels Schrei. Ein Engel des Herrn erschien Hagar und tröstete sie mit hoffnungsvollen Worten. Fürchte dich nicht, Hagar, denn Gott hat die Stimme des Kindes von dort aus gehört, wo es ist. Steh auf, hebe das Kind hoch und nimm es bei der Hand. Ich werde ihm eine große Nation machen. Die Anwesenheit des Engels brachte Hagar sofortige Erleichterung und neue Kraft. Dann öffnete der Engel Hagars Augen und sie sah eine Quelle mit Wasser. Mit Eile und Freude rannte sie zum Brunnen, füllte die Flasche und gab Ismael etwas zu trinken. Das Wasser gab ihnen Kraft und Hoffnung und ermöglichte es ihnen, ihre Reise mit der Gewissheit fortzusetzen, dass Gott über sie wacht. Nach dem wundersamen Überleben von Hagar und Ismael in der Wüste von Beersheba nahm ihr Leben eine neue und vielversprechende Wendung. Sie ließen sich in der Wüste Paran nieder, einer trockenen und herausfordernden Region, die jedoch zur Heimat werden sollte, in der Ismael aufwuchs und zu einer imposanten und respektierten Persönlichkeit heranwuchs. In der riesigen und unwirtlichen Wüste Paran bewies Ismael außergewöhnliche Widerstandskraft. Schon in jungen Jahren passte er sich an die harten Bedingungen der Wüste an und lernte, mit wenigen Ressourcen zu überleben und sich gegen die Gefahren zu verteidigen, die diese Region umgaben. Im Laufe der Jahre entwickelte Ismael eine bemerkenswerte Fähigkeit im Umgang mit Pfeil und Bogen und entwickelte sich zu einem geschickten und präzisen Bogenschützen. Seine Fähigkeiten im Umgang mit dem Bogen sicherten nicht nur sein Überleben, sondern stärkten auch seinen Ruf als beeindruckender Krieger. Hagar, stets eine aufmerksame und fürsorgliche Mutter, wusste, dass er eine Familie und tiefere Bindungen brauchte, um eine solide Zukunft für Ishmael zu sichern. Dann beschloss sie, bei ihrem eigenen Volk in Ägypten nach einer Frau für ihren Sohn zu suchen. Die Wahl einer ägyptischen Frau würde dazu beitragen, Ismaels Wurzeln zu festigen und seine Identität als Führer einer neuen Nation zu stärken. Hagar verschaffte Ismael eine Frau aus Ägypten, eine Frau, die sein Erbe und seine Kultur teilte. Im Laufe der Zeit heiratete Ismael und begann, eine eigene Familie zu gründen. Seine Frau brachte nicht nur Liebe und Kameradschaft mit, sondern auch wertvolle Fähigkeiten und Kenntnisse, die das Leben in der Wüste bereicherten. Gemeinsam begannen Ismael und seine Frau, Kinder zu bekommen, und jede Geburt kam der Erfüllung von Gottes Versprechen, dass Ismael der Vater einer großen Nation sein würde, einen Schritt näher. Ismael, jetzt ein starker und angesehener Mann, sah, wie seine Familie wuchs und gedieh. Seine Söhne wurden Prinzen, jeder von ihnen ein potenzieller Anführer. Die Gemeinschaft um Ismael blühte auf, und die Wüste Paran, die einst wie ein trostloser Ort schien, wurde zu einem lebendigen Zuhause voller Leben. Die Gegenwart Gottes war im Leben von Ismael und seiner Familie weiterhin spürbar. Jede Herausforderung, der wir uns stellten und die wir meisterten, war ein Beweis göttlicher Treue. Ismael wurde nicht nur ein Anführer, sondern auch ein Beispiel für Glauben und Ausdauer. Gottes Versprechen wurde auf außergewöhnliche Weise erfüllt, und die große Nation, die aus Ismael hervorging, war ein lebendiges Zeugnis der Macht und Gnade Gottes. So wuchs in der Paranwüste eine neue Generation heran, angeführt von Ismael, einem Mann, der es trotz aller Widrigkeiten schaffte, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln und ein bleibendes Erbe aufzubauen. Das Leben in der Wüste voller Prüfungen und Siege machte Ismael zu einem starken und weisen Führer, und Gottes Versprechen leuchtete in jedem Moment seiner Reise hell auf. Ismael, der Sohn Abrahams und Hagars, lebte ein langes und bedeutungsvolles Leben. Bis zu seinem beeindruckenden Alter von 137 Jahren wurde Ismael zum Symbol der Verheißung Gottes und erfüllte die ihm zugedachte Bestimmung. Von seiner Jugend in der Wüste Paran bis zu seinen letzten Tagen etablierte sich Ismael als Anführer und Patriarch einer großen Nation. Ismaels Leben war geprägt von seiner Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Als er in der Wüste aufwuchs, entwickelte er bemerkenswerte Fähigkeiten, insbesondere als Bogenschütze. Seine Beherrschung des Bogens sicherte nicht nur sein Überleben, sondern verschaffte ihm auch den Ruf seiner Stärke und Geschicklichkeit. Mit der Zeit heiratete er und bekam zwölf Kinder, von denen jedes dazu bestimmt war, Anführer seines eigenen Stammes zu werden. Die in der Bibel erwähnten Söhne Ismaels waren Nebaiot, Kedar, Adbel, Mipsam, Misma, Dumah, Massah, Hadad, Temah, Jetur, Nafis und Kedema. Jeder dieser Söhne wurde Fürst eines Stammes und verbreitete Ismaels Einfluss und Abstammung über weite Gebiete. Unter seiner Führung gediehen diese Stämme und ließen sich in Gebieten von Havilla bis Schur, in der Nähe von Ägypten bis nach Assyrien nieder. Die Bibel beschreibt detailliert die Abstammung Ismaels und betont, wie mächtig und einflussreich seine Stämme wurden, die Versprechen Gottes an Abraham. Dass Ismael auch der Vater einer großen Nation sein würde, wurden eindeutig erfüllt. Ismaels Geschichte ist ein lebendiges Zeugnis der Treue Gottes und seiner Fähigkeit, Versprechen in greifbare Realitäten umzusetzen. Ismael erfüllte nicht nur seine Rolle als Anführer, sondern hinterließ auch ein bleibendes Erbe, das über Generationen hinweg nachwirken würde. Sein Name und seine Taten wurden von seinem Volk weiterhin in Erinnerung behalten und respektiert. Er wurde zu einer patriarchalischen Persönlichkeit, deren Wirkung weit über sein eigenes Leben hinausreichte. Seine Geschichte handelt von Beharrlichkeit, Glauben und der Erfüllung göttlicher Versprechen. Von der Zeit, als Hagar und er in der Wildnis gerettet wurden, bis zur Gründung ihrer Stämme, leitete Gottes Hand jeden ihrer Schritte. Ismael erwies sich als würdig der Segnungen, die er erhielt, und seine Abstammung spiegelte die I.M. versprochene Größe wider. So wuchs Ismael, der Junge, der in schwierigen Verhältnissen geboren wurde, zum Patriarchen einer großen Nation heran und erfüllte seine göttliche Bestimmung. Sein Vermächtnis ist eine ständige Erinnerung an die Kraft der Verheißung Gottes und an die menschliche Fähigkeit, Herausforderungen mit Glauben und Entschlossenheit zu meistern. Lass uns beten, himmlischer Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, ich komme mit einem demütigen und bedürftigen Herzen zu dir. In Zeiten voller Schwierigkeiten und Schwierigkeiten, wenn die Probleme überwältigend erscheinen, bitte ich um ihre Kraft und Weisheit, Widerstand zu leisten und durchzuhalten. Herr, ich weiß, dass du mein Fels und meine Festung bist, und in dir finde ich sichere Zuflucht. Gib mir, oh Gott, den Mut, jeder Herausforderung mit unerschütterlichem Glauben zu begegnen. Hilf mir, mich daran zu erinnern, dass du wundervolle Pläne für mein Leben hast, Pläne für den Frieden und nicht für das Böse, um mir eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Wenn die Stürme des Lebens versuchen, mich zu erschüttern, möge ich meine Füße auf dein Wort setzen, dass eine Lampe für meine Füße und ein Licht für meinen Weg ist. Herr, ich vertraue auf deine bedingungslose Liebe und deine unendliche Güte. Ich weiß, dass alle Dinge zum Guten für diejenigen wirken, die dich lieben, für diejenigen, die nach deinem Vorsatz berufen sind. Deshalb entscheide ich mich, auch angesichts von Widrigkeiten zu glauben, dass du die Kontrolle über alle Dinge hast und dass nichts ohne deine Erlaubnis geschieht. Gib mir, oh Vater, den Frieden, der alle Vernunft übersteigt, damit mein Herz und mein Sinn in Christus Jesus bewahrt werden. Möge ich in der Gewissheit ruhen, dass du für mich sorgst und dass deine Gnade ausreicht, um mich jederzeit zu unterstützen. Stärke meinen Glauben, Herr, damit ich deine Versprechen nie aus den Augen verliere. Lehre mich, dir voll und ganz zu vertrauen, in dem Wissen, dass deine Gedanken höher sind, als meine Gedanken und deine Wege höher sind als meine Wege. Möge ich jeden Tag meine Hoffnung auf dich erneuern, in dem Wissen, dass du treu bist, um alles zu erfüllen, was du versprochen hast. Im Namen Jesu bete ich und danke ihnen. Amen. Vorteil ... Untertitelung des ZDF, 2020